heute willkommen zu einem neuen blog aus radsilver auf der klassenfahrt ich wollte ja eigentlich kein video machen aber wir haben uns doch entschieden wie zu machen hier sieht man auch die schöne sonne hier im hintergrund wie die untergeht und ja heute früh sind wir mit dem ic 22 20 angekommen da sind wir noch ein paar stunden rb gefahren mussten laufen und dann waren wir da und wir haben drei uhr hier zum 8 losgefahren und ja das wird so ein blog wir werden aber eher mit musik vertonen das ist übrigens der redax ist in der schreibung verlinkt auf jeden Fall vorbei macht echt geile videos und ja wir sind dran angekommen und wir werden hauptsächlich mit musik vertonen da wir halt nicht so viel sagen könnt immer reich wird es noch damals schon heute gemacht haben ja wie gesagt es war der heiko rp könnt auch mal bei ihm vorbeischauen und wir haben uns erst mal gelernt wie man überhaupt so ein boot abseits und also knoten und alles wie man die auch wieder befestigt und dann wie man auch lenkt und alles und dann dabei die bolien da ein paar mal herumgefahren hat auf jeden fall recht spaß gemacht und ja ich würde sagen die nächsten tage geht dann auch weiter und dann werden wir immer so ein bisschen was vom tag erzählen wir sind jetzt auch schon wie gesagt in unseren videos auch schon eigentlich dass wir eine woche hier sind und wir werden halt hauptsächlich wie gesagt mit musik vertonen und da würde ich jetzt sagen viel Spaß beim video und wir werden wahrscheinlich auch noch am ende noch mal dann kurz was sagen weil das video noch mal beenden so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020